Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Video auf Freitag am 17. Dezember 2021. Heute öffnen wir wieder ein Türchen und wir müssen weiter runter gehen und da kommt ein Fisch zum Vorschein beim Lidl Adventskalender. So, erster Tegut Adventskalender, da finden wir halt. Kommt ein Auto zum Vorschein. Beim Aldi Adventskalender da musste ich etwas tricksen. Seht ihr ja schon. Moment, das muss ich mir erst mal so angucken, was da kommt. Es ist ein Schaukelpferd. Beim Tegut, den zweiten Adventskalender musste ich ja auch tristen, aber da wird jetzt auch. Da ist ein Pferdchen gekommen und fällt runter. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist auch das Pferdchen. So, dann sage ich mal bitte like das Video und lass ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen.